Jetzt holen wir erstmal diese Steine, die hier rumliegen. Nicht diesen Fuchs und nicht diesen Keiler, sondern diese Steine und dann machen wir die Angel-Quest. Scheint irgendwie immer nur von jedem Stein einen zu geben. Also nur die richtige Anzahl. Flupp. 4 von 4. Was war das jetzt für eine Quest nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Das sind die ganzen Dinger. Das ist nicht. Das ist auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Das ist es wohl. Und ich habe... Ah, ich habe alle. Okay. Jetzt blicke ich auch durch. So, was habe ich die ganzen Dinger denn fallen gelassen? So kriege ich auch neue Fellen. Wunderbar. Und dann wollen wir doch mal mit denen... Sprecht mit Mitzi. Ach, das ist... Geist des Alten Tux. Sammelt Bärenpelze. Blind müsste man sein. Ich muss doch da hin. Das ist, wenn man versucht, die... eine richtige Quest an falscher Stelle zu machen. Ja, komm halt die Klappe da, du blöder Keiler. Longo persönlich. Joe Longo? Nein. Nicht Joe Longo. Oh, der hat aber auch ein nettes Plantäschchen. Was das wohl ist? Ich weiß es nicht. Jetzt können wir auch Zinn mitnehmen. Das ist doch wunderbar. Sammeln wir noch ein bisschen was ein. Noch haben wir das richtige Level für die... Ah, einmal kratzen. So. Vielleicht haben wir Glück. Oh, tatsächlich Schwefelbrocken. Sehr schön. So. Dann müssen wir da hin. Öh. Kröte. Voll die Kröte. Da müssen wir lang. Hoppingen Wasserau. Da machen wir uns doch mal schnell auf. Haben wir euch eigentlich die ganze Zeit mein Inventar auf? Kann man das mal da sagen? Total unsinnig. Eigentlich. Das lasse ich jetzt mal direkt sein. Und ab geht's zum Mitzi. Mitzi, 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 Mitzi. Ist das eigentlich eine... Ernsthaft? Ach so, da muss ich. Ah, da muss ich mehr. Ah, alles klar. Ich kann's abkürzen. Ich hab aber kein Muster für über Geld bezahlen. Da laufe ich doch lieber. Sieht man ja sonst nix. Ach, tatsächlich. Hier ist ein See und da können wir doch jetzt mal... Ein Hobbymeister. Händler für Angelbedarf. Das klingt gut. So. Da, 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 da. Eine Kopie. Gut, dass ich meine eigene Aufzeichnung führe. Flup. Und nun? Guten Tag. Wie darf ich euch helfen? Ah, eine einfache Angelroute. Sieh mal leider an. Da haben wir sie doch. Und da haben wir sie schon drin. Und jetzt haben wir doch irgendwo auch... Die ist ja hübsch. Ist nur ein Stock. Ich dachte, es gäbe noch ein Hobby. Habe ich mich wohl getäuscht. Ich dachte, es gäbe noch so ein Hobbyfenster. Da gibt es mir eine Ehre, euch zu Diensten sein zu dürfen. Sonst überhaupt nix. Und er? Er redet nicht mit mir. Warum nicht? Habe ich jetzt eine Folgequest bekommen? Nicht, dass ich wüsste. Aber wir können mal ein bisschen testen. Kloppt das denn jetzt? Tatsache. Ich weiß nur nicht mehr, wie es ging. Was müsste man noch mal machen? Ich scheine was gefangen zu haben. Tatsächlich. Ein Zwerg fehlt. Ich habe da jetzt einfach noch mal draufgeklickt. Ich muss mal jetzt gucken, ob das jetzt so richtig ist. Wo ist denn mein... Charakter? Hobby. Ups. Eine Wingmöglichkeiten. Hobbyliste. Auf ein Stück Klares. Muss man dann hier draufklicken, wenn das untergeht? Quasi jetzt. Und dann zieht er und zieht. Und... Was holt ihr da raus? Und wir bekommen einen Saibling. Hm. Ist immer noch eins. Oh. Tatsächlich. Aber das ist ein bräunlicher Fisch mit einem orangefarbenen Bauch. Und der ist nichts wert. Im Gegensatz zu dem hier. Der ist schon genauso wenig wert. Aber... Den kann man für kochen benutzen. Hm. Da kann man ein Zwergwilzbraten sammeln. Ein Sack Futter. Matte Felle. Da sind wir direkt in der Nähe. Das machen wir jetzt noch. Und dann... Dann aber wirklich... Ich weiß, das sage ich schon die ganze Zeit. Oh. Ich sollte vielleicht... Das wieder anlegen. Und das... Hier ausrüsten. Ist das? Zurück nach Hobbingen. Das ist der falsche Weg. Warum habe ich eigentlich Hobbingen da hingelegt? Das ist doch hier. Ich will aber eigentlich da hin. Da wieder hin. Ah, die Siedlung. Und da muss ich jetzt hin. Okay. Ich kann aber glaube ich gleich... Mit meinem Pferd... Was haben wir schon mal gemacht? Von... Hobbingen Richtung Michelbinge. Also was schneller. Deutlich schneller. Auch wenn das Pferd nicht querfält einreitet. Aber wir sind deutlich schneller als sonst. Und jetzt geht es erstmal dorthin. Ein Sack Futter. Was gibt es da? Ach. Noch eine Quest. Ja, so Quests haben wir hier, glaube ich. Oh. Der ist relativ hoch im Level. Was ist aktuelles? Bleibt nochmal stehen und lasst dich angucken, Mensch. Ich weiß gar nicht, was aktuelles Max-Level ist. Ob das 80 oder 85 ist. Müsste man mal... Nachforschen. Ich meine, bis ich da angekommen bin. Äh, ja. Wird wohl noch ein klitzklanzes bisschen Zeit vergehen. Während ich diesen Futtersack sammle, sammle, denke ich mir. Oh Mann, das werden noch einige Teile. Und ich muss den wieder zurückbringen, den Sack. Oh, ich dachte, das wäre doch nur so eine Sammel-Quest. Verdammter Mist. Wo muss der hin? Ach, das sind nur ein paar hundert Meter. Das ist ja fast zu einfach. Und hier sind wieder Quests und Aufträge und alles Mögliche. Und ich komme quasi aus dem... aus den Aufträgen auch nicht mehr raus. Ich kann gar nicht so viele Quests auf einmal machen. Und wir hier zur Verfügung stehen. Also wir haben ziemlich viele Möglichkeiten, uns irgendwie zu, ja, zu bespaßen, sage ich mal. Auch wenn das Wetter gerade schlecht ist. Und wir hier durch den Regen watscheln und wir nasse Füße kriegen. Aber das hat ein Hobbit noch nie gestört. Und gleich müssen wir... Wie viele Meter sind es noch? Ich weiß gar nicht. Ich laufe nur um die Mauer herum. Dürfen nur noch ein paar sein. Hundert, genau. Denn ich weiß nicht, ob ich mit diesem Sack Handfutter in der Hand auch hüpfen kann oder besser sollte. Nicht, dass das hinterher dann auf einmal weg ist. Aber es ist ziemlich schlechtes Wetter in der Erde gerade. Das könnte so langsam mal wieder... Ich weiß gar nicht, was für eine Tageszeit ist. Mittags, ja. Normalerweise wäre jetzt strahlender Sonnenschein. Aber wir haben kein Glück. Ach, ist falsch gelaufen. Ups, das ging schon. Der Hafer, den Sally mag. Das ist nett. Was für ein furchtbarer Tag. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Okay, was war das für eine Quest? Bringt den Gründungserlass. Zu klar. Und wo ist der? Ach, guckt mal, in Michelbinge. Das ist ja faszinierend. Und wir sind, glaube ich, von hier aus... Ne, ich laufe jetzt nochmal eben zurück. Ich weiß, ich bin doof. Ich bin ein Arsch. Ständig laufe ich hin und her. Boah, wie's für ein Wetter auch wieder hier ist. Schlimm. Das ist jetzt total toll. Wenn mir nichts einfällt, rede ich einfach um das Wetter. Das ist so Smalltalk 1.1. Gut, dass man das in solchen Spielen auch anwenden kann. Nein, reden wir über sinnvollere Dinge. Zum Beispiel darüber, welche Quests wir als nächstes machen. Denn ich habe hier in Michelbingen noch ziemlich viele Quests gesehen. Genau wie dieses Auftragsschild. Die werde ich mir einmal kurz einsacken. Weil wir können natürlich nicht so viele machen. Wir können aber noch... Ach, wir haben 16 von 40 gerade mal da drin. Guck mal, ist doch kein Problem. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Äh, nee, die nicht. Das ist der Briefträger. Die hier nehmen wir aber an. Von der Heidehornbläser. Bitte wartet einen Moment. Das ist genau das gleiche. Nee. Ich meine, es ist keine Laufquests. Können wir doch mal... So, was gibt's hier? Äh... Annehmen. 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 Wieso gibt es hier keine Aufträge, die maximal vier Stufen von der Mindestufe entfernt sind? Ach, guck mal. Da hab ich sogar einen fertig. Aber wie kann ich den... Zu Hallhornbläser. Wer ist denn? Hallhornbläser. Da hinten ist er. Guck mal, da kann ich gerade eine Quest fertig machen. Das ist doch mal geil. Zack. Ach, hier kann ich die alle abgeben. Und die zerbrochene Dolche. Hab ich alle. Und ich krieg... einen Ruf bei der Matom-Gesellschaft. Das ist schön. Und ich hab'm Level ab. Yeah. Und ich habe... von einer möglichen Tat erfahren. Was haben wir denn hier? Senkrechtstarter. Zwei von hundert. Bewältigt. Aufgaben in ganzer Mittelerde. Ähm. Ah, okay. Wenn ich davon hundert Stück mache, bekomme ich Auftragsbelohnung und bin Senkrechtstarter und bekomme fünf Punkte für mein... Was gab's hier? In Breland angeln gehen. Ach, wo meine Ball? Angeln gehen kann. Und so... Blocken. Hier, da kriegt man ein besseres... Besseres Blocken. Da muss ich aber noch... Ein paar Mal blocken. Also da hab ich noch ein bisschen was vor mir. Instanzen, Hobbys, Schamützel. Ach, das ist alles so toll. Das ist alles toll. Das ist alles toll. Was hab ich hier bekommen? Ein... Ach, das war das von der Gerade. Das ist nochmal mehr Ruf. Wie viel hab ich da jetzt eigentlich? Matum-Gesellschaft. 2700. Flupp. 3400. Das liest sich schon viel besser. Beschneuniger-Bezwinger-Taten. Das machen wir später. Und... Das sieht aber neu aus. Kenn ich noch gar nicht so. Westbray. Michel-Bingel. Ein Silber. Ach, hier kann ich gar nicht hin, weil ich da noch nicht war. Und hier auch. Da war ich... Ah, nee, da war ich ja zu. So, Michel-Bingel. Zack. Es gibt übrigens später auch die Möglichkeit, weitere Ziele anzureisen. Dann muss man natürlich nicht hier... ...sitzen und sich den Hintern von dem Pferd angucken. Sondern man reitet dann... Man fährt. Ja, genau, man fährt. Man, äh... Also fährt. Das fährt, fährt. Haha. Man reitet dann... ...ein paar Meter. Dann verschwindet man. Man nimmt dann plötzlich... ...ne andere Karte. Das wäre zum Beispiel bei Breso gewesen. Und dann... ...kommt man kurz vorher wieder an. Weil sonst würde man ja hier Stunden verbringen. Weil die Karte einfach viel zu groß ist. Kann man hier einfach eigentlich drauf gehen? Ach, guck mal. Geht sogar. Ich wollte mir sowieso mal hier... Rohan. Ovanion. Isengard. Moria. Der südliche Düsterwald. Ach, guck mal. Hier ist alles noch offen. Westrohan. Fangorn. Ostrohan. Oh, da ist aber auch dann... Allein wie groß das hier schon ist. Mann, das wird toll. Ich freue mich schon drauf. Aber bis ich da angekommen bin... ...da werden wir noch einige Folgen sehen... ...von diesem Let's Play, denke ich. Einige, einige Folgen. Ich muss mir eben was trinken. In die Kehleram. So, ich hoffe, man hört mich hier nicht schlucken. Schalucken, schalucken. Und wir sind wieder in... ...Michelbinge. Da ist die Ausbildungshalle. Ich habe sie schon gesehen. Dort werden wir gleich direkt... ...drin bleiben. Ach, wir sind wieder da. Und wir hatten doch... ...eine... ...die will ich nicht beobachten. Die auch nicht. Ist aber die hier. Die kann ich mal abbrechen. Ohne Witz. Weil die werde ich irgendwann mal später machen... ...und die kann ich mir bei dem Hühnchen einfach wiederholen. Aber sonst kriege ich die in diesem Leben nicht fertig. So, zwei, drei, vier. Nein, von der Augenlade abreden. Noch nicht. Aufgaben brauche ich auch nicht. Das machen wir einfach mal hier rein. Und hier gab es doch noch eine... ...Quest... ...Bellkurs Erlass. Die ist dort oben. Dort... ...Oben. Das ist dort oben.